Hallo liebe OV-Freunde, hier auf der Jobmesse beim Stoppenmarkt in Vechta gibt es einiges zu sehen. Auch wir von der OV sind vertreten und zeigen euch die Berufe Mediengestalter und Volontär. Was es hier noch zu erleben gibt, das seht ihr jetzt. Kommt mit! Ido Straat, du bist Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei Hamaker. Was genau macht ihr denn hier auf der Jobmesse? Ja, also einerseits ist klar, unser Stand, um uns zu vertreten, was wir hier generell so machen, Gut, hier kann man ja auch was sägen, das probiere ich dann mal. Gerne, gerne. 13! Die Jobmesse hat morgen noch von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 14!